Ui, wir gehen jetzt Richtung Minenfeld und da oben soll es eine Gleisgewehrschemettik geben. Gleisgewehrschemettik meine Frau. Was ist das für ein Chaos gerade? Wir haben einen schönen Sonnenuntergang. Ich muss doch die Haare zusammenbinden, zu viel Chaos da oben. Zu viel Chaos. Wir haben einen geilen Sonnenuntergang oder Aufgang hier. Wir werden es gleich merken, ob es dunkel wird. Das schaut bei mir auf der PC fast ein bisschen besser aus. Gibt es ja gar nicht. Armfilter. Loot. Nein. Oh, so schaut es gut aus gerade. So können wir das lassen, bis es dunkel wird und ich sowieso wieder raufstellen muss. Okay, okay. Was ist der schnellste Weg hier rauf? Mitten durch die Stadt. Super duper Market vorbei. Oh. R.S.D. ist direkt in die Nähe. Okay. Dann gehen wir dorthin. Dort, wo wir den Ultra Jet Ghoul getötet haben. Ich weiß nicht, ob man den Mouth Click gerade raus gehört hat, den Mund Click. Wahrscheinlich wisst ihr nicht, was ein Mund Click ist oder ein Mouth Click. Geht. Wie geht der? Was haben wir hier? Ein Centauri? Richtig. Geht Leben. Mund Click ist so ein Clicking-Geräusch, das ein bisschen messlich klingt. Danke, okay, ich will die Radioskrizität ab. Ready Bear, oh. Okay, es wird dunkel. Ich fühle sich ja trotzdem gerade noch gut aus. Also das sind Wundquicks. Ist nämlich nestig. Nervig, ist nämlich nervig. Da, überhaupt beim Rappen und Singen, da das einfach nur stört, braucht keiner. Keiner braucht Mundquicks. Manche Leute haben es, manche Leute haben es nicht. Ready Away wollte ich mir reinwerfen. Und wenn ihr nicht wisst, ob ihr das habt oder nicht, und es nicht braucht, einfach nicht testen, es wird euch selbst nur stören irgendwann. Okay, mehr Ready Ways. Ich habe gerade viel reingewürgt, viel Right Away reingewürgt. Ich habe da aber wieder einen Mundquick. Was zum Teufel ist los? Ah, okay, nicht zu schlimm. Warten mal, das war gar nicht. Radar. Können wir snipen. Ich weiß nicht, ob ich eure Musik spielt oder ob das meine Musik ganz leise im Hintergrund ist. Ich habe gerade super geschrien. Kommt mit dem Bleiraum direkt an und schreibt, super. Ja. Ich bin tot. Wahrscheinlich bist du ein bisschen high, oder? Ein bisschen tot auch. Bleiraum. Ah, ich habe Platz. Okay, was war dann in diese Richtung? Außer dem Protektron. Das war ein Protektron. 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 Und es ist schon wieder zu dunkel. Ah, verdammt. Das war ziemlich schnell. Der Wechsel. Fand gut aus sehend so. Nein, doch zu dunkel. Das ist ein Lanzig hier. Besser. Ah. Ich bin drauf, okay. Ich bin da vor der Pfeil gegangen. Ich bin zugeschaut, wie ich das gesagt habe. Kein Grundschocker und Ruten. So, das war deine Hilfe. Halt Metall. Hallo. Wann hier schon mal keine Minen sind. Das letzte, was ich brauche, sind verdammte Minen. Hat hier alles ein bisschen tot aus. Sind Flamme? Gibt es noch? Wichtigste. Ja, ich habe mir ein paar Locations angeschaut, wo es die legendären Waffen gibt und die Baupläne. Und bitte überhitzt es gerade fett. Was war das? Die moderne Zuhaltung oder Zuhaltung? Wo ist es? Okay, hydrig, hydrig. Ich meine, mit Zuhaltung etwas zuhalten. Was klingt komisch für mich? Ach, komm schon. Nicht so unbeweglich. Unsportlich. Ah, nee. Was zur... Bin ich da in irgendwas rein? Ingetreten. Naja, wahrscheinlich nur Dreck. Nur Dreck, keine Sorge. So. Oh. Verdammt, komm schon. Ich krieg die Waffe weg und hoff da rein. Das ist ein Seaf auch. Oh. Ich muss Dietrich hochkriegen. Ich muss alles. Nein. Ich muss nicht alles hochkriegen. Ich habe keine Probleme mit hochkriegen nochmal. Ja, es sollst Dreck nehmen wir. Nach den 30 Minuten werde ich wahrscheinlich die verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich das Minenfeld in dieser Episode mache. Wer... Das Gleisgewehr im Auge... Boah, das schreckt mich. Das ist schon recht. Ich krieg hier rauf. Hier rauf. Mitten in der Nacht ist... Hier gefährlich. Okay, dann gehen wir das noch mal. Wollen Sie mich verarschen? Ich hab das wirklich vermisst. Das sind so viele von denen. Das sind die Schlage-Protektoren. Gut, denn... Gut, denn... Für uns. Mehrere Störungen, RK. Okay, Ansprechungsbatterie brauche ich auch. Irgendeine Waffe. Könnte nicht sein, dass es das Dampfgewehr ist. Ah, verdammt. Ich brauch irgendwas, wo ich Muni habe. Minigun. 38 Schuss. Ich reich damit. Raider. Oh ja, klar. Der hat ein Messer, also der. So ist das Drennata. Das war die Muni. Ja, Minigun kann verkauft werden. Wir halten, Fleischdrucken. Bleiben Sie doch mal ruhig. Ah, es ist nicht, wenn Sie sich wehren. Was ist Jericho? Wo kommen die ganzen Raider her? Die da ist. Oof. Das vorher schaut nicht so gut aus. Aber sehr gut für ein so altes Spiel. Ja, hier brauch ich mehr. Was? Das ist ein Level ab. Oh, hey. Ich mach die Trich mal weiter. Und... Ich hab's letztens nicht genommen und benutzt, ähm... Bereut. Bereut. Ah. Nein, es ist nutzlos. Ich brauch was, was mit beim Überleben hilft. Also Dieb nochmal. Könnte jetzt gleich mal überlastet sein. Die ganze Raider-Rüstung, die ich aufnehme. Geil. Ich bin übersehen. Wer weiß es schon. Können wir mal Raider-Rüstung reparieren. Die sind hier ein bisschen was wert. Ein bisschen. Ich hab schon wieder langsam Money knapp. Aber wenn ich jetzt dann eh das Kleistgewehr kriege, ist alles kein Problem mehr. Okay. Was sagt Karte? Ah, ein bisschen weit noch. Dass die Raider-Bars ist da drüben. Das schaut noch nach. Bissige Hund, okay. Ahm. Vielleicht nicht mehr. Gehäuisch, oder? ich habe darüber berühmte letzte worte rot platz was gab es hier ich habe nicht so kleine falls doch mit den gab es hier oder spider mitnehmen jericho und dog mit ich glaube schon dass jericho besser ist es ist gut wieder hier draußen zu sein das daneben minentown genau dahinter ist dann erst das weiß gewehr minentown ich weiß nicht ob ich die waffe gezogen habe ganz schön eigentlich so nein nein wir sind gut zu unten sowie zu kratzen oh und ich beide mit jetzt ja was denn stürzen wir uns in die action das nein ich kann beide mitnehmen unglaublich habe ich zwei begleiter in diesem spiel mal laut nicht cool nicht cool was passt ein sammler das war sein voriger besitzer so ich kann die ganze rüstung auf dog meat hauen eigentlich deswegen nehme ich sie gerade mit mitnehmen jetzt repariert was geht und das dog wie dog wie auch dog meat ich mal schmecken ja gutes deutsch gutes deutsch wo bist du kleiner ein muss ich halten anscheinend hat man etwas tragen ich muss nur schauen dass ich ihn heile nur schauen dass ich ihn heile keine radio rüstung mehr mitnehmen wir sind die überlastet jetzt ich freue mich hier noch ein bisschen um ich freue mich nicht erinnern dass hier was anderes war wir haben auf jeden fall mal zwei begleiter theoretisch sollten wir ziemlich stark jetzt sein ich gesagt schaut nicht wirklich aus das wäre etwas interessantes motorradfahrer wieder mich hätte hier aus hier draußen gibt es zu viele freie flächen das gefällt mir nicht okay nicht die richtung gleisgewehr ist es besser rechts rum oder links rum von der stadt zu gehen was sagt die karte links rum glaube ich nicht so gut wie der rösti hier haben wir eine straße dann würden wir der straße folgen ich bin schon süchtig nach fallout sind outriders gespielt aber ich habe keine lust auf fallout gehabt warte mal ach ja ja ich erinnere mich das ist mein fjord das narpo dahinten ist richtig gefährlich und den müssen wir uns auch kümmern was ok 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 ja naja 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 hier lassen wir ihn mal freiten ich schau mal ob ich hier reinkomme nein wie er sagt nein oh hey dear was gibt es denn scheiners na maulwurfsraten ist süß etwas gewagt für meinen geschmack aber einige leute stehen auf maulwurfsraten ich verkaufe sie sehr frisch also wenn sie wollen solange sie kein vegetarier sind was auch immer mit dem habe ich nicht gerechnet was haben wir denn hier was kommt davon wenn man wir haben vegetarier beschimpft und das Fleisch ich habe doch mit verfütter ok ok kann ich was bei jericho noch ablagern ich kann mich nicht drinnen warum stehen wir hier rum wenn aber gern lassen sie sehen was sie haben morgen habe ich den mit keine zugeräten für ihn so gefährlich er raucht nur während den zweiten dann ja ja stürzen wir uns in die action hier irgendwo muss es sein kann sein dass beim linken dort wo die gefaltet haben auch ist briefbeschwerber das wollte ich loswerden das sind sachen die ich auf jeden fall nicht brauchen werde mhm ob ich mir das trennmesser verkaufen will ja da wird jetzt zwei schläge der skorpion der skorpion die party ist so parat die party ist so parat ok oh halt Metall das wichtigste ok das das Fleischgewehrgebiet eindeutig man sieht es schon ich fühle es schon in dem linken gebäude ist das gleichgewehr wir haben Zeit dass wir alles checken ja das Gewicht haben wir nicht dass wir alles checken ich hätten ich werde den rücken nehmen sollen ich habe noch mal Glück gehabt ich muss mir glaube ich erst zusammenbauen ich kriege nur den Blubring was ich mir nicht nachgeschaut habe da ist es weiß es wie man sich nur kohlegranaten macht oder wo man die herkriegt die Blaubrause naja, schau, schau, hat sich schon ausgezahlt alles in Dietrich zu stecken nehmen wir nicht reparieren was brauche ich Krücke habe ich nicht, Nampfanzeige habe ich nicht Kernspartungsbatterie hat eher Druck doch hat natürlich auch keinen Verlustschlüssel nee nein kein Platz eindeutig kein Platz auch hier schauen wir ins andere Gebäude vielleicht sind da die Bauteile die ich brauche ich brauche nur zwei Schläge nicht hinter dem Gebäude ich brauche nur zwei Schläge ich glaube wenn ich den mitnehmen habe ich keine Angst dass er stirbt das war die falsche Waffe für den Fight mein Mund ist spannend das kommt auch noch ich habe volles Leben das Wichtigste Dogmeat bleibt am Leben und Chiriku stirbt nicht zu leicht ach ich werde Minentown Minentown mein Feld jeden Fall am Dark machen ich glaube nicht nicht dass man in der Nacht die Minen besser sieht aber wer weiß ob auffällig ist was auch immer hm Bule gehört ja wer lacht ok dann müssen wir doch gebraucht hopp nein direkt neben mir direkt neben mir den direkt neben mir ja es ist Drogenzeit es ist Drogenzeit und bessere Waffen und Rüstungen ich bin von mehreren Sachen abhängig nice jetzt kommt mein Dogmeat oh verdammt da sind viele los das ist da gar nicht das ist der Grundleuchter doch Dogmeat nein ohja so schlechtes gefühlt über Dogmeat grad und ich sehe auch gar nichts ja 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 Ja, passt, passt. Ach du. Ja, ich kann diese Haufen gleichen. Ich kann dann gleich weitergehen und meine Drogensucht heilen. Und spielen natürlich. In meinem Leben habe ich keine Drogensucht, weil ich keine Drogen nehme. Halt den Tag. Uh, ich habe mir aber auch Fallout sucht. Hm, viel ansteckender Gewehr. Nein. Gar nicht schlecht gewesen im Endeffekt. Und mein Sturmgewehr beim Essen dazu reingesteckt. Hm, aber wenn wir umgehen, nein. Typisch, typisch. Ich werfe mir von Dampf wieder Nucle-Kohles ins Gesicht. Viel zu wenig Sans, das ist Zapparilla. Ein OP-Schlauch? Nein. Das fehlt mir auch noch, ein OP-Schlauch. Ach, wir haben Wasserquelle. Überhaupt nicht verstrahlt. Ja, das Gebäude schaut ein bisschen abgeäfft aus. Nehme ich. Ich sollte am besten hier draußen sein, bevor meine Stimpacks ausl- Stimpacks. Bevor meine Buff-Out-Sucht weg ist und meine andere sucht. Sonst habe ich hier keine Stärke wieder, um etwas mitzunehmen. Nenn mir mal ein Red-Ecks. Ah, die Aktivität ist ja auch ziemlich hoch. Ach, schau mal her. Das habe ich hier gar nicht gewusst, dass da ein Fisto rumsteht. Ha. Krass. So, ich kriege einen Fisto auch. Krasser Loot-Dog. Krasser Loot-Dog. Dogmeat. Klessgewehr Blaubrause. Und einen Fisto. Hier raus, hier raus, hier. Oh, was ist ein Weg? ich sollte nicht bringen probieren weg aus dem weg aus dem weg auf geht wahrscheinlich gerade aus wenn ich draußen bin und der mensch ist wie es ausschaut der größte feind in diesem spiel jetzt mich um zu sterben ok dann gehen wir zurück nach megaton da ist es ja megaton was verdammt sturmgewehr verdammt nimm es raus verdammt nimm es raus wir haben sich versteckt jungen zu verbunden mutige es kann man auch kuchen 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 verdammte regulatoren ja das brauche ich uh impulsmine haben sie auch sind leider nichts wert die staubmäntel nachhaltig die taler und kampologie lieber am rücken das geht sich nicht genau das geht sich noch genau aus und jetzt kann ich teleportieren die hefte des levels haben wir schon bis level 20 geht es also die hefte des levels und das was man leveln kann okay ich werde mich mal zum doktor schleppen nächste folge ist Minentown